Der Job-Kick-Off ist ein kurz und knackiges Job-Event, bei dem sich Studierende und Firmen in einer spielerischen Art und Weise kennenlernen. Für uns von der Technik der Krankenkasse ist der Job-Kick-Off sehr besonders. Im Gegensatz zu einer normalen Jobmesse ist das hier viel ungezwungener. Man hat die Möglichkeit, ein bisschen zu kickern, ein bisschen ins Gespräch zu kommen mit Leuten. Heute wird hier unter anderem gekickert. Da wird immer gelacht am Tisch und danach geht es in die Fachgespräche. Die Studierenden und die FirmenvertreterInnen, die tauschen sich aus über Jobmöglichkeiten oder auch Karrieremöglichkeiten in den jeweiligen Firmen. Ich habe letztes Jahr schon am Job-Kick-Off teilgenommen, letztes Jahr im Millernthor-Stadion. Damals war ich auf der Suche nach einem Werkstudierendenjob und habe auch erfolgreich einen fitten können. In dem arbeite ich auch jetzt noch. Trotzdem bin ich dieses Jahr wieder hier, aber dieses Mal, weil ich nach einem Thema für meine Masterarbeit suche. Und da das letztes Jahr so gut geklappt hat, hoffe ich, dass das dieses Jahr auch funktioniert. Ich bin heute hier, weil ich einen Werkstudentenjob suche und ich auch immer in meiner Freizeit kicker. Und ich das dann als cooles Event angesehen habe und dachte, ich schau mal, was es da so gibt. Man hat zusammen gelacht, man hat zusammen gespielt. Das war super. Also das finde ich richtig cool. Wir als Arbeitgeber hier können heute sehr unterschwellig mit jungen Talenten in Kontakt kommen. Das ist ein sehr spannendes Event. Wir suchen heute vor allem junge, begeisterte Job-Einsteiger, aber auch für Werkstudenten oder Praktikas sind wir immer offen und suchen wir Menschen. Und wir durften sowohl Studenten kennenlernen als auch Personen, die wirklich schon ihren Abschluss gemacht haben und somit direkt gerne in den Beruf einsteigen würden und konnten da einfach super gut uns als Arbeitgeber dann auch präsentieren. Bis zum nächsten Mal.